Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von LS15. Ich habe mir gerade etwas überlegt. Ich werde die Kartoffeln, oder bei den Kartoffeln, jetzt das Kraut oben abmachen. In den Folgen, mit dem Helfer. Und werde die Kartoffeln dann offscreen... Ja, na. Und werde euch dann in der nächsten Folge, oder nach dem Offscreen-Dingsen-Ernten erklären, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Aber jetzt erstmal geht es hier weiter. Wie geht es den Kühen? Ja, geht so. Erstmal auf die Ladung warten. Und dann das Mischteil. Oh, wir müssen so viel kaufen. Ne, am besten erstmal den Rasenmäher. Ich glaube, mit Heu oder Rasen kann man ja auch Silage machen. Müsste funktionieren. Boah, Schluck auf. Haben wir das jetzt eigentlich schon gekauft? Boah, ich... Ja, haben wir. Gut, gut, gut. Dann brauchen wir doch nicht auf den Rasenmäher sparen. Dauert zwar ein bisschen dann, aber... Dann müssen wir mal wieder durch, wie immer. Sorry, sorry, sorry. Oh, ich bin schon laut. Ich sehe, wir haben hier einen Wasserbau. Könnte ich ja glatt mal... Ach ja, für die Schweine, ne? Ist sogar voll. Der wird aber lange nicht... auf Dauer nicht reichen. Das kleine Ding. Wie viel haben wir? 10%? 70... Ja, für 6 Tage reicht das ja auch. Ne, Schafe mache ich nicht. Schafe möchte ich nicht. Noch 10%, ich glaube, das wird sich auch nicht erhöhen, ne? Fahren wir den mal wieder hier rein. Da oben steht... Der hier im Weg. Wusste ich. Das Feld ist aber auch gleich fertig. Boah, so viel zu tun, ne? Ja, aber falsche Bahn. Ist aber auch egal. Dann können wir halt doch gleich die Mischstation kaufen. Ich muss unbedingt diese Fräse hier als Mod reinkriegen. Kennt ihr ja vielleicht schon. Ich hab die auch schon runtergeladen und den Mod-Ordler geparkt, aber irgendwie ist der nicht... Ist der hier nicht hier drinne? Nein, es ist diese Fräse nicht hier drinne. Muss ich nochmal gucken. Weil ich hab keinen Bock, dass mit einem Radlader oder sonst wie mühsam von einem Ort zum anderen zu packen. So, plane drüber und los geht's. Verkauf. Wir haben unsere 30.000. Ich hab 32.000 quasi die Mischstation. Ja, haben wir. Ja, haben wir. 50 sogar. Ja, wir haben unsere 30.000. Ja, wir haben unsere 30.000. Das ist aber schön. Gucken wir mal. Mods platzierbar. Ja, 32. Holen wir. Holen wir gleich. Die kommt hier hin. So. Haben wir sie auch. Sehr schön. Haben wir zwar nur noch 18.000, aber... nicht, dass es gleich regnet. Ja. Nicht, dass es gleich regnet. So schnell stehen geblieben. Ach ja, Kühe. Doch, bringt 10%. Das Wasser ist ja eigentlich nicht Standard dabei. Deshalb mache ich auf meiner privaten Welt auch 110%. Ohne Wasser wäre es nämlich 100%. Ohne Wasser wäre es nämlich 100%. Also Standard. Jetzt... habe ich es... gefunkt... kapiert. So rum. Jetzt hat es bei mir gefunkt. Das wollte ich sagen. Mal gucken, dass wir gleich die Mischstation mit Stroh voll machen. Ja. Das hört sich sehr gut an. Ich nehme ja hiernach noch ein Part auf. Und danach... werde ich die Kartoffeln ernten. Ja, müsste ich schaffen. Ja, der kann warten. Oh. Part ist ja schon wieder vorbei. Guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Lasst konstruktive Kritik. Unten in die Kommentare da. Ich beantworte und lese jedes Kommentar. Abo wäre auch nicht schlecht. Dann verpasst ihr auch nichts. Und ich freue mich. Und wir sehen uns dann... morgen im Part, ne? Bis... dahin. Tschüss.